Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Thrones and Liberty. Wie versprochen im letzten Video heute das Tavern-Event, das versteckte, geheime Erzboss-Tavern-Ruinen-von-Turaine-Event. Also um das nochmal festzuhalten und zusammenzufassen, so wie die Infos waren, immer wenn so ein Event hier ist, immer um 11, 8, 14, 17 Uhr, keine Ahnung wann die Events sind, findet in Ruin von Turaine oder ist in Ruin von Turaine ein Geist von Tavern. Wie der aussieht, müsst ihr gleich mal gucken, ob er den überhaupt sieht. An 5, 6 verschiedenen Stellen, den müsst ihr gleich suchen. Und dann bufft er die Gegner in diesem Gebiet und diese gebuften Gegner haben dann eine Chance, ein Fragment von Tavern fallen zu lassen. Und wenn kein dunkler Zerstörer-Event läuft, um Punkt. Wenn das dunkle Zerstörer-Event läuft, dann immer um 5 nach, wenn dann auch das Event losgeht. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, ob einer von uns 6, 7, 8 Leuten, die hier sind, schreibt es dann sofort in den Chat, ob einer von uns ein Fragment bekommt. Das heißt, wie hoch ist die Droprate. Macht man das hier 12 Mal und kriegt nie einen Drop, ist das relativ einfach, sag ich mal, dass man einen Drop kriegen kann. Wenn jetzt von uns 6, 7 Leuten einer einen Drop bekommt, würde ich es, glaube ich, ganz gut finden. In 3 Sekunden geht es los. 2, 1. Ich bin so doll gespannt, ob man das sieht. Aber guck mal da, ich sehe es. Ja, seht ihr das? Da oben? Den Geist? Krass, okay, das kann man von hinten nicht sehen. Aber so sieht das aus. Ist ja cool. Seht ihr das da oben in der Luft? Das ist der Geist, den ich meinte. Und der bufft jetzt die Gegner dort. Ist so gut, dass wir eine Gruppe haben. Zieht alle Gegner. Guck mal, da ist es, da ist es. Aber guck mal, wie viele Leute hier jetzt auch sind. Aber jetzt haben die hier, und die werden jetzt hier gebufft, die Gegner. Woran sieht man denn, dass die gebufft sind? Aber guck mal, wie viele Leute hier auch sind. Das ist ja nervig. Aber der ist jetzt hier die ganze Zeit über dem Feld. Also hier sind so viele Leute. Leute, ich habe nicht mal ansatzweise das Gefühl, dass das hier irgendwie was bringt. Ich habe nicht mal ansatzweise das Gefühl, dass das hier was bringt. Kann ich mir nicht vorstellen. Also dann muss die Droprate schon so hoch sein, dass sich das lohnt. Aber ihr habt gesagt, die Droprate ist so hoch wie beim normalen lila Item. Irgendwo bei 0,5%. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das hier Früchte trägt. Dafür sind die, sind es viel zu, es sind ja mehr Leute hier als Gegner. Ist ja fast wie Twitch. Ich würde lieber einen Spawnpunkt abcampen. Hier Spawn viel zu wenig. Was ist das für ein Scheiß-Event, Alter? Ich habe einen gekriegt. Geil. Einen Gegner habe ich geschafft. Die Idee ist cool. Aber das ist halt wieder dieses typische MMO-Ding, was mir überhaupt nicht passt. Was mir überhaupt gar nicht passt. Also wenn du hier, ich hatte eben gesagt, ey, vielleicht ja als Gruppe oder alleine. Alleine kannst du komplett vergessen, sage ich. Also da kannst du einen Gegner hier die ganze Zeit stehen bleiben und abcampen. Der Typ ist weg. Der Teventgeist ist weg. Ah, der ist weitergezogen. Ich kacke ab. Der fliegt rum. Also er muss dann auch noch die Gegner, wo er genau drüber ist oder wie. Nicht so nur in der Nähe. Oh Gott, also ich weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das finde ich ganz schwierig. Ich finde es cool, dass der ganze Clan von uns da ist. Cool, Leute. Schön, dass ihr da seid. Unsatisfying. Also wenn du da mal, in zwölf Minuten wie viele Gegner wirst du bekommen? Keine Ahnung, 10, 20 Stück oder so? Weiß ich nicht. Ob das die Fragmentlösung ist? Ob das die Fragmentproblematik löst? Ich habe da so meine Zweifel, dass das, ob das richtig geil ist. Ich finde die Idee cool, aber die Umsetzung hapert ja an allen Ecken und Enden. Das ist ja... Ah, ich sehe es, aber die haben sowas Lila-Nes auf dem Kopf. Die haben so ein... Seht ihr das? So ein lila Schimmer. Seht ihr das? Die verfluchten Gegner haben so ein lila Schimmer. Gucken, jetzt kommt der. Guckt, seht ihr das? Die sind so lila. Und jetzt ist er auch lila geworden. Habt ihr gesehen? Ey, das wird nicht mein Event. Ich sage es euch so, wie es ist. Das wird nicht mein Event. Das kann ich nicht so gut. Also den im Blick halten und gucken, ob die verflucht sind, die hinziehen. Ja, ich laufe nur wie Falschgeld rum in die Early. Man würde ja auch sehen in der Mitte, ey, der hat ein Fragment gefunden. Und von all den Leuten, die hier sind, hat nicht einer ein Fragment gefunden. Junge, ist das ein Schmutz. Ja, also das ist eine Möglichkeit, Fragmente noch zusätzlich zu farmen. Aber wer das aktiv mehrmals am Tag macht, der weiß ich auch nicht. Und jetzt ist er weg. Jetzt haut er wieder ab. Jetzt haut er wieder rein. Okay. Das heißt, hier ist auf jeden Fall ein Punkt, wo er rauskommt oder reingeht oder ich habe keine Ahnung, aber that's it. Und hat irgendeiner aus dem Chat ein Fragment gefunden? Ja, das war aber das Event. Und das kann man mehrmals am Tag machen. Wer das machen möchte, viel Glück. Von uns keiner, aber einer hat eins getroppt. Hast du einen gesehen, der... Ich muss überlegen, von wie vielen waren das? 40 Leute hat einer ein Fragment bekommen. Ja, abschließend muss ich tatsächlich sagen, ich werde das nie wieder machen. Es war einmal fürs Knowledge ganz cool. Falls ihr da Bock habt, vielleicht mit einer 6er-Gruppe oder so reinzugehen, dann macht das auf jeden Fall, wenn ihr sonst nichts zu tun habt. Es ist eine Möglichkeit, Fragmente zu bekommen. Und einer hat es auch im Chat geschrieben. Wenn ihr ein Fragment bekommt, oder man sollte es mal so sehen, ihr spielt 10 Minuten und habt eine Chance auf ein Fragment. Und dieses Fragment ist 500 Lucent wert sofort. Also, wenn ihr die Chance haben wollt, da 2, 3, 4 Mal am Tag ein Fragment zu bekommen, dann macht das auf jeden Fall. 500 Lucent gibt das. Oder ihr farmt da halt wirklich die nächsten Wochen und Monate eure Fragmente und versucht euch da eine Tevin-Waffe zu bauen. Aber finde ich auf jeden Fall sehr spannend, dass so ein Event im Spiel da ist. Und eigentlich weiß man gar nicht, dass es da ist, weil es wird ja hier in den Events so nicht gezeigt. Man weiß es eigentlich nur, wenn man in Touraine da ist und das dann random sieht. Deswegen, ja, finde ich ganz cool. Wenn ihr nichts zu Strongs & Liberty verpassen wollt, da wird es ja am 17. die Festungsschlacht geben. Die Sieges. Das könnt ihr euch hier auch schon angucken auf der Karte, wenn ihr mögt. Dann gerne ein Follow da lassen, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Da wird es auch nochmal ein Video vorher geben, wo ich euch alles erkläre. Ist auch ein ganz, ganz wichtiges Event, aber dazu dann das nächste Mal mehr. Da könnt ihr nämlich richtig, richtig viel Lucent verdienen. Aber wie gesagt, das werde ich euch nochmal in einem anderen Video erzählen. Wir haben ja noch ein paar Tage hin. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!